Die Harmonie zwischen Mensch und Natur, ein unverzichtbares Element unserer Reisegeschichten. Und das Motto eines modernen Familienbetriebs mit langer Tradition. Allnatura hat die größte Auswahl an nachhaltigen Matratzen, Kissen, Bettdecken und Massivholzmöbeln in Deutschland. Und mit dem Code STRAND sparst du 10%. Allnatura. Natürlich mit zwei L. Schlaf gut. Träum was Schönes. Das waren die Worte meines Vaters. Auch er hatte seine Mühe mit dem Einschlafen. Doch wenn er schlief, dann träumte er vom Reisen. Ich erzähle hier von diesen Reisen. So wie es war und so, wie es hätte sein können. Von Zeit zu Zeit wächst mir der Trubel des Alltags über den Kopf. Ich halte es kaum aus, im Supermarkt in viel zu langen Schlangen an der Kasse zu stehen. Meine Batterien für Begegnungen mit Menschen sind beinahe aufgebraucht. In Unterhaltungen leiere ich wie ein Kassettenrekorder, dem langsam der Saft ausgeht. Blicke in meinen Kalender entlocken mir ein Gähnen nervöser Schläfrigkeit. Die bunten Kästchen mit Terminen, Meetings und To-Dos verschwimmen vor meinen Augen. Beim Geräusch meines Weckers schrecke ich panisch auf. In diesen Momenten zieht es mich an Orte wunderschöner Einsamkeit. Ein solcher Ort ist Neufundland vor der nordöstlichen Küste Kanadas. Die Einheimischen nennen die Insel nur The Rock. Mit mehr als 100.000 Quadratkilometern ist sie flächenmäßig größer als Bayern, hat dabei aber nur knapp eine halbe Million Einwohner, was eine Bevölkerungsdichte von weniger als fünf Menschen pro Quadratkilometer bedeutet. Ich lande am frühen Morgen in St. John's, der Hauptstadt der Region Avalon. Schon am Flughafen empfängt mich beißend kalte Atlantikluft. Sie öffnet meinen Brustkorb und bringt Klarheit in meinen Kopf. Ich spüre sofort, wie die Anspannung der letzten Wochen und Monate aus meinen Gliedern weicht. Ich puste sie mit einer Wolke kondensierten Atems davon. Die Kälte macht mir nichts aus. Bekanntlich gibt es ja kein schlechtes Wetter, sondern nur falsche Kleidung. Und ich bin auf diese Reise gut vorbereitet. Ich trage meine Wanderschuhe, die mir schon bei früheren Trips gute Dienste geleistet haben, eine Mütze aus Merino-Wolle und meine neue Jacke. Den olivgrünen Parker mit dickem Futter habe ich mir in Vorfreude auf Neufundland in einem Geschäft für Outdoor- und Wanderkleidung gekauft. Ich ziehe den Reißverschluss bis zum Kind zu und laufe vom kleinen Flughafengebäude schnurstracks zur Autovermietung. Mit dem Mietwagen geht es von St. Johns aus die Küste entlang Richtung Süden. Den Parker lasse ich vorerst geschlossen, bis die Heizung im Auto warm gelaufen ist. Obwohl ich Winterreifen habe, fahre ich auf der glatten Straße sehr langsam und vorsichtig. Außer mir und meinem Mietwagen ist so gut wie niemand unterwegs. Die Straße liegt wie eine lange, leere Linie vor mir. Ein befreiendes Gefühl der Weite macht sich in mir breit, während ich den Rhythmus eines Radiosongs auf dem Lenkrad mitklopfe. Ich genieße diese Fahrt. Die Landschaft Neufundlands versprüht einen kargen und harten Charme. Dürres Gras wächst auf den langgezogenen Flächen, die sich weit ins Landesinnere erstrecken. Immergrüne Fichten und Kiefern schießen in dichten Gruppen aus dem Boden, so daß die Bäume sich gegenseitig Schutz vor dem Wind geben können, der das ganze Jahr über vom Ozean kommend gegen das Land peitscht. Das Meer liegt fast die gesamte Fahrt über gut sichtbar zu meiner Linken. Schroffe Felsen ragen aus dem Wasser hervor. Der Atlantik hämmert seine Gischt gegen sie, wobei zuweilen beeindruckende Schaumfontänen entstehen. Insgesamt erinnert mich das Land an Skandinavien. Dazu passen auch die Häuser, die vereinzelt in kleinen Ortschaften zusammenstehen. Eckige Holzkästen in bunten Farben mit den charakteristischen weißen Türen und Fensterläden. Über allem liegt eine Mischung aus Geheimnis und Widerspruch. Draußen ist es kalt und karg, aber in den Küchen der Neufundländer, so stelle ich es mir jedenfalls vor, pfeifen Teekessel, knistern Kamine und liegt Schmalzgebäck auf Porzellantellern. Die Orte hier haben klingende Namen wie Bay Bulls, Whitless Bay, Cape Royal oder Devil's Kitchen. Je länger meine Fahrt dauert und je mehr ich von diesem unwirtlich schönen Ort sehe, umso weiter lasse ich den Alltag hinter mir zurück. Bald schon bin ich gänzlich eingetaucht in diese fremdartige Welt, in der die Uhren anders ticken, wie man so schön sagt. Gegen Mittag erreiche ich Ferryland, einen kleinen Küstenort, dem eine malerische Halbinsel vorgelagert ist. Hier komme ich bei Alice und John unter. Die beiden betreiben in ihrem Haus eine kleine Pension, die auf den Bildern im Internet sehr ansprechend auf mich gewirkt hat. Mein Mietwagen kommt knirschend auf dem Kiesweg vor dem roten Holzhaus zum Stehen. In der offenen Tür stehen Alice und John, die mich schon erwarten. Beide haben Norweger-Pullover mit bunten Fischgrätmustern an. John trägt außerdem eine kurze Fischermütze aus blauer Schafswolle auf dem Kopf und einen prächtigen Vollbart auf den Wangen. Alice hat langes blondes Haar, in das sich hier und dort eine graue Strähne mischt. Sie winkt mir freundlich zu. Die Begrüßung fällt erstaunlich herzlich aus. Ich habe eher das Gefühl, nach langer Zeit alte Freunde wiederzutreffen, als den Betreibern einer Unterkunft zu begegnen. Alice fragt, ob ich gut mit den eisigen Straßen zurechtgekommen sei. John, der offenbar den Job des Kochs inne hat, hofft, dass ich Hunger mitgebracht habe. Das Mittagessen ist nämlich so gut wie fertig. Typisch neufundländisch und sehr lecker, sagt er. Wir gehen gemeinsam ins Haus. John verschwindet wieder in seiner Küche, aus der es schon herrlich herzhaft in den Flur hinein duftet. Alice zeigt mir mein Zimmer. Wir steigen die Treppe in den zweiten Stock hinauf. Einige der alten Stufen quietschen unter unseren Schritten. Da sind wir, sagt Alice und hält mir die Tür auf. Das Zimmer ist geräumiger, als ich es mir anhand der Bilder vorgestellt habe. Vor allem aber ist es unheimlich gemütlich und liebevoll eingerichtet. In der Mitte steht ein großes Bett mit aufgeschüttelten Daunenkissen und Decken. Sie sehen aus, als würde man augenblicklich darin versinken, wenn man sich aufs Bett wirft. Es gelingt mir aber, dieser Versuchung für den Moment zu widerstehen. Außerdem gibt es eine alte Nussholzkommode, einen Sekretär und einen rustikalen Stuhl. Auf dem Tisch stehen eine Karaffe mit Wasser und ein dickwandiges Glas für mich bereit. Die Wände des Zimmers sind über und über mit sepiafarbenen Fotos in schlichten Holzrahmen behangen. Fischerboote, Männer mit Pfeife im Mund, Frauen in Sonntagskleidern und Naturaufnahmen von Neufundland. Alles Familienfotos, sagt Alice. Ich stelle meine Reisetasche ab und werfe einen Blick aus dem Fenster. Ich kann das dunkle Wasser des Meeres sehen und einen Leuchtturm am Ende der schmalen Landzunge vor Fairyland. Alice erzählt, dass es ein schöner Spaziergang ist bis zum Leuchtturm und ich versichere ihr, dass ich mich noch heute auf den Weg machen werde. Aber erst nach dem Essen, sagt Alice. John hat Jake's Dinner gemacht. Der Hauptbestandteil von Jake's Dinner ist das gekochte Rindfleisch. Beim ersten Biss spüre ich die Zartheit und den herzhaften Geschmack, der sich im Mund entfaltet. Das Fleisch ist saftig und voller Aromen, die von der langen Kochzeit und den Gewürzen stammen. Es zergeht auf meiner Zunge und löst sich wie von selbst in seine schmackhaften Fasern auf. Das Gemüse, Kohl, Karotten, Kartoffeln und Sellerie trägt zur Vielfalt der Aromen bei. Das Kohlblatt ist weich und leicht süßlich mit einem Hauch von Erde. Die Karotten sind zart und süß, während die Kartoffeln einen leicht buttrigen Geschmack bieten. Der Sellerie verleiht dem Gericht einen subtilen, würzigen Kick und ergänzt die anderen Komponenten perfekt. Zu Fleisch und Gemüse gesellt sich eine Senfsoße, die scharf und würzig schmeckt. Sie hebt die übrigen Aromen des Mittagessens hervor und stimuliert meinen Gaumen. Als Beilage hat John einen Erbsenpudding gezaubert. Seine glatte Konsistenz und sein delikater Geschmack balancieren die herzhaften Elemente des Jakes Dinner perfekt aus. Ich falle mit großem Enthusiasmus über dieses Ensemble aus reichhaltiger Hausmannskost her. John sitzt mit stolz verschränkten Armen am Tisch und trägt ein breites Grinsen im Gesicht, während ich mir einen Bissen nach dem anderen einverleibe. Alice übernimmt derweil die Aufgabe, die Konversation am Laufen zu halten. Ich nicke höflich und mit vollem Mund, während sie mich mit Infos über Fairyland und die nähere Umgebung versorgt. Ich fühle mich bei den beiden uneingeschränkt willkommen und sehr wohl. Nach dem Essen ziehe ich mich zum Verdauen auf mein Zimmer zurück. Nach kurzer Zeit klopft es vorsichtig an meiner Tür. Es ist Alice, die sich für die Störung entschuldigt, mir aber unbedingt noch etwas geben will. Sie überreicht mir ein kleines Büchlein in einem speckigen Ledereinband. Ihre Gesten zeugen von großem Respekt und angemessener Vorsicht. Mir wird sofort klar, dass es sich um einen sehr besonderen Gegenstand handelt. Alice erzählt, das Buch stamme von ihrem Urgroßvater, der sein ganzes Leben als Fischer in Fairyland verbracht hat. Auf seine alten Tage hat der gute alte Coil all sein Wissen über Land, Leute und das Meer in Form von Notizen und Zeichnungen auf diesen Seiten festgehalten. Tatsächlich sind die Blätter allesamt in einer schnörkeligen Handschrift beschrieben, die sich in kleinen gedrungenen Lettern von Rand zu Rand zieht und nur durch Federzeichnungen unterbrochen wird. Alice sagt, ich dürfe das Buch später auf meinen Spaziergang zum Leuchtturm mitnehmen. Ich fühle mich sehr geehrt und umarme sie herzlich. Voller Dank und Rührung. Am Nachmittag mache ich mich also auf den Weg zum Leuchtturm. Mit meinen festgeschnürten Wanderschuhen und meinem Parka fühle ich mich bestens ausgestattet. Das Notizbuch des Urgroßvaters hüte ich wie einen kleinen Schatz in der Tasche meiner Jacke. Ich brauche nur wenige Schritte, um die Häuser von Fairyland hinter mir zu lassen und die Halbinsel an ihrer schmalsten Stelle zu betreten. Kniehohe Gräser wachsen hier aus einem kargen Boden, der von mehreren Seiten vom Wasser des Atlantiks umgeben ist. Im Norden sind mehrere kleine Inseln dem Land vorgelagert. Rance Island, Costellos Island und Boyce Island. Dem Notizbuch entnehme ich außerdem die Namen einzelner Felsen, die rund um die Halbinsel aus dem Wasser ragen. Ferrylands Fischer haben den Steinen ihre Namen entsprechend ihres Aussehens gegeben und sie bei schlechten Sichtverhältnissen als Navigationshilfen genutzt. Das Notizbuch enthält ziemlich gelungene und detailreiche Zeichnungen, so dass es mir gelingt, einige der Felsen zu identifizieren. Ich erkenne den Kamm an seinen Zinken, einer Reihe spitzer Steinnadeln, die scharfkantig aus dem Wasser stechen. Der Widder ist eine Formation, die, zumindest wenn ich die Augen zusammenkneife, an die Hörner eines Huftiers erinnert. Insgesamt ist es mit dem Namen der Felsen, der Pfannkuchen, der Schlittenhund, die Fischgräte, ein bisschen wie mit Sternbildern. Es braucht schon ein wenig Fantasie, die Formen mit den Namen in Einklang zu bringen. Ich stehe lange Zeit am Wasser und suche nach den Felsen aus dem Notizbuch, als mir plötzlich ein Eisberg ins Blickfeld schwimmt. Wie in Zeitlupe treibt er mit der Strömung an der Halbinsel vorbei. Seine schneeweißen Wände glänzen im Licht der langsam schwächer werdenden Sonne. Dieser Ort mit seiner rauen Schönheit zieht mich tief in seinen Bann. Kalter Wind weht mir um die Nase. Ich stehe am Wasser, lasse meinen Blick über die wilden Gewässer vor Neufundland schweifen und gerate ins Schwelgen. Wer schon alles in diese kalte See gestochen ist, denke ich. Wikinger, Inuit, Walfänger. Eine jahrtausendealte Geschichte vom harten Kampf mit der Naturgewalt. Vielleicht liegt es an meiner Lektüre des alten Notizbuches, aber dieser gesamte Ort scheint Nostalgie zu schwitzen. Aus jeder Pore riecht es nach der Melancholie der Fischer, die das Meer gleichermaßen lieben und fürchten. Ich muss an die Bilder in meinem Zimmer bei Alice und John denken. Die ganze Region hat noch vor gar nicht allzu langer Zeit von dem leben können, was sich in ihren Netzen verfing. Kabeljau und Hering und jede Menge Krabben und Krebse. Ich stelle mir vor, dass es in jeder Familie Geschichten über die glorreichen Fänge der Vergangenheit gibt, über mutige Männer, die mit ihren Booten vor Sonnenaufgang in See stechen und Geschichten über Boote und mutige Männer, die nicht in den Hafen zurückgekehrt sind, die für immer in den kalten Wassern des Atlantiks verschollen sind. Das Kreischen einiger Möwen holt mich schließlich aus meinen Träumereien heraus und ich setze meinen Weg zum Leuchtturm fort. Die frische Seeluft spült mir mit jedem Schritt mehr und mehr den Kopf frei und die Bewegung lässt meinen Kreislauf aufleben. Als ich das weiße Gebäude mit seiner roten Kuppel erreiche, ist die Sonne schon zur Hälfte hinter dem Horizont verschwunden. Ich berühre das Holz der Außenwand und in genau diesem Moment springt im Inneren des Leuchtturms die Lichtanlage an. Einen Wärter gibt es schon lange nicht mehr. Das läuft heute alles vollautomatisch. Die beiden Lichtkegel des Leuchtturms ziehen von ganz allein ihre Runden über die dunkle Wasseroberfläche. Das Licht bricht an den vielen Felsen und malt vielförmige Schatten auf den Atlantik. Ich sehe mir dieses Schauspiel an, bis die Sonne gänzlich verschwunden ist. John hat mir in weiser Voraussicht eine Taschenlampe mitgegeben. Diese hole ich jetzt aus meinem Parka und leuchte mir meinen Weg zurück zu meiner Unterkunft. Nachts liege ich tief in meinem weichen Bett versunken in meinem Zimmer und lasse meinen Geist davontreiben. Die Bettwäsche duftet herrlich frisch und hält mich mollig warm, während von draußen ein böiger Küstenwind in die Fensterläden greift. Ich fühle mich sicher und geborgen zwischen den vielen Fotos alter Neufundländer, als würden sie die Nacht über auf mich acht geben. Das Branden der Wellen dringt gedämpft an mein Ohr. Hinter geschlossenen Liedern lasse ich die Eindrücke dieser wilden Insel noch einmal an mir vorbeiziehen. Menschenleere Weite rechts der Küstenstraße von St. John's bis nach Ferryland. Bunte Holzhäuser, aus deren Kaminen in dünnen Schwaden Rauch aufsteigt. Der dunkle Atlantik, dessen kaltes Wasser die schroffen Felsen umspielt. Die Lichtkegel des Leuchtturms, die den Schiffen nach Sonnenuntergang den Weg entlang der Küste Neufundlands weisen. Meine Glieder werden schwerer und weicher, sinken noch tiefer in die Matratze. Ich spüre, wie die Lebendigkeit in meinem Körper immer mehr zur Ruhe kommt, wie ich immer mehr in meine eigene Mitte gleite. Ich sehe die Gesichter von Alice und John vor meinem inneren Auge. Sie sitzen unten noch immer vor dem Kamin bei einer Tasse Tee. Schlaf gut, sagen die beiden. Dann gleite ich hinüber in einen tiefen, erholsamen Schlaf. J auch die j j j j j j j Vielen Dank.